Hunde, kannst gleich sehen. Wollen wir mal, nee, nicht Solti, wir gehen mal irgendwo ruhig ein bisschen, dann können wir unsere Skins angucken. Hier, komm her. Hier, ah, da. Hier zu den zwei Häusern. Ich nehme das große. Und ich nehme das hier. Hi. Dann fand ihr schmal und froh. Das sind auch, ich habe ja den Helm von dir an, ne? Also den Helm, den du eigentlich an hast, habe ich an. Wenn du gleich mich anguckst. Wir haben den beide einfach. Ich habe nix bekommen. Ich habe nix bekommen. Ja, ich habe nix bekommen. Ich habe... Es ist einer gelandet. Es ist einer gelandet. Ich habe mein Spielbild für dich. Ich habe keine Ahnung. Ah, da. Guck mal. Mein Rucksack an. Ich weiß, dass du aus Kupfer ist. Hier ist einer. Ähm, Boxing, meinst du aus Waffen? Ich habe ihn auch in Ordnung. Hier. Ähm, ja, warte. Hier, etwas Muni. Und hier. Jetzt müssen wir den Typ hier finden, der hier ist. Ich habe noch extra Material. Wir müssen Respekt haben. Keine Sorge. Bei mir muss er auch Respekt haben, ne? Weil er sonst noch vor ist. Okay. Ah, ich habe nicht die Außenbautacke. Das ist das Problem. Ja, wenn du mal... Oh, du brauchst aber irgendwie die... Oh, lass, lass den mal. Nein, schieße ich nicht. Ich möchte mit dem Team schießen. Ja, aber du darfst nicht Team. Das bist du raus, das Fortnite-Must-Gemann. Ja, ich freue mich. Hey. Darf ich den anderen für dich? Fertig. Den anderen für dich, mit den Granaten. Warte, tanz. Ich habe ja auch der Roboter ans Leben. Und ich habe... Oh, ich will den haben. Der unterarst du besser, Uwe. Ja, guck mal, was ich habe für den Skin. Dunkeln. Voll geil, ne? Der ist aber auch auffällig wie meiner. Ja, nur, dass man meinen Leuchten nicht so ganz sieht. Deiner ist orange, ich meine, er ist so lila-artig. Meiner ist so ein bisschen schwarz. Eigentlich sieht man uns beide richtig gut, weil ich habe ja ein Kupfer-Outfit. Und ich leuchte. Komm, wir gehen zur Halti. Mein Rucksack leuchtet auch, dein Rucksack auch, du leuchtest auch. Deswegen ist es beides erkennbar. Bei mir, bei mir ist ja dunkle Materienluft in den Rucksack. Lass die Granate mal legen. Aber... Einfach so zwei kleine Leute, die einfach so weglaufen und ich möchte den in das Haus der bei Granaten reinfährt sich. Lass mir bitte auch die Kills, weil ich muss ein Level aufwerden. Und dann bin ich halt Stufe 99. Wenn ich Stufe 99 bin, da muss ich nur einen Tag warten und dann bin ich Stufe 100. Weil... Weil wenn dieser Tag zu Ende ist und der nächste Tag beginnt, habe ich schon weg. Wenn ich dann nochmal 300 V-Works kriege und ich kann mir dann eine Stufe erwerben und fertig. Habe ich schon weg. Habe ich eigentlich schon weg. Und keine Brüder. Aber der passt von einer Frau und einem Mann praktisch. Wollen wir den Automat suchen? Ja. Ähm, ich weiß, ich weiß, wo ein Automat ist. Das ist irgendwie bei Forty Springs bei der Tankstelle. Ja, hier ist ja auch die Tankstelle. Ich weiß, wo... Hier gibt es einen Automaten. Hier gibt es auch, habe ich auch einen gefunden. Hier habe ich auch einmal gefunden und hier habe ich auch einmal gefunden. Ich höre irgendjemand was platzieren. Bei mir? Ne, irgendwas... Äh, im Moment keiner zu machen. nach 80 m ist immer dieses dreieck auf und vielleicht ist da einfach jemand hast du diese hast du eine hast du den kostenlosen wenn fast oder nicht kostenlosen ja den kostenlosen hat nieder hast du den battle pass nein aber ich bin schade weil letztendlich geholt hätte könnte ich hier eine feste zeigen wo ein paar zwerge sind ich kann dir ich könnte dir alle möglichen schatzkarten sagen ich habe weiß den geil das sieht geil aus und pass auf ich habe heute schon zwei namen ausgebunden wie geil das ist einfach mein erster legendärer spinn mein erster und der erste legendärer so mein erster legendärer skinn war wirklich einfach nur nach welchen ich schwöre als ich den nachweilen hatte das war vor einem jahr das spiel rausgekommen war da waren wir noch nicht mal freunde ich schwöre da waren ich habe kein material mehr aus ich habe mir ganz gut zu wissen ich habe immer schiffen aber ich habe schon leichte tabelle ist eigentlich eine bessere es ist ein aber es ist eine Spitzsacke für 500 V-Boards, so eine, die du hast so 500 V-Boards ist nicht Schäfer ist später eine legendäre Spitzsacke aber bei mir ist es auch mal ein legendärer legendärer Tanzfeld haltbar es müssen noch mehr Waffen zugefügt werden in diesem Spiel, ne? du hast auch die Minigun im Spiel, oder? ich möchte einfach wo rote Sachen haben also rot ist das fast best ähm, gibt's ähm, noch die Minigun? ja hab ich schon mal gefunden okay fließen ach ich hack dich ein das ist genau den, genau den den ich viel dämme lass den mir töten, okay? lass den mir töten ich will ihn töten und lass mich töten tot Boxingman mach keinen Fall komm Boxing heil mich warte ja jetzt kann ich dich heilen komm 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 zu mir Frau ich geh' ich geh' ich geh' Frau ich geh' ich geh' grobe der Mann ich geh' doch ich geh' ich geh' ich geh' ich geh' mein Gott ich bin ich bin dawg das war ein kleines von ein zack zack was wir hatten ja ich hab schon eine legendäre automatisch aber ich bin die schlechter nicht hast du materialien okay wir mussten nicht sehen ich hab schon 600 holz ich hab 255 holz ich hab mich doch hier du bist doch ein guter das war so für einen so richtig schlechten typen stirbt das passiert auch manchmal dass ich einfach von richtig schlechten typen sterbe das ding ist boxing wenn wir haben ja vor uns respekt manchmal nur weil ich hab ja den neuen skin und manche nicht ok manche youtuber schon ein ist es kein respekt vor dem spiel noch ernster verstehst du noch ernst ich war richtig ernst dann gehen sich aggressiv kein zeit müssen sie so schnell ja wie weit auch das ist nicht so weit und ich will kein leben weil ich schon macht jetzt voll viel schaden warum ich gerade runter weil ich bin jetzt unten so weil ich nicht so das interview schon ich weiß und du auch die ist auch fast die sohne kommen von dem berg runter ich bin doch noch hier die jagdgewerber und ich habe keinen sniper was von wo von wo von wo schauen wir müssen uns durch den kampf mogeln komm wir gehen das ist ein lama siehst den wo da komm her da siehst du ihn geradeaus wie ist das ich muss immer mehr damals und weil ich rainbow backpack brauche nee das das ist kein nee das bringt nichts später wird der geben das bringt nichts muss den ich bin ganz schnell und schützt sich die jahre aufgrund mit dem aufgrund mit dem aufgrund mit den aufgrund mit rauf das ist die richtig ständig ich habe ich habe ich auch jetzt er schafft medik ich habe mir gesagt ich habe ich kann gleich eins geben Ich kann auch Jug-Jug trinken. Ich hab fast einen gesniped. Ich hab fast einen weggesniped. Ich hab 1000 Holz. Ich hab dich 1000 Holz. Wir starten, bis wir nur du kennen. Und du schießt. Jetzt schießt's mit meinem Bruder. Hey! Mach den Wings. Ich brauche mich gerade zu denen. Tu's nicht. Oh Gott. Oh, komm mal. Ja. Ich hab's aufguckt. Ich trink. Ich trink Jug-Jug. Guck mal. Das wird's nicht so lang. Ah, gut, dass ich Jug-Jug komme, Digger. Nichts nicht gut, ne? Ich hab ein Mini-Chilis. Ich hab ein Mini-Chilis. Ah, ich weh, leider. Aber wir waren gut, ne? Aber wir waren wirklich gut. Wir haben's geschafft. Jetzt hab ich geschockt gerne. Nice. Nehmen wir mal ein paar Mini-Chilis. So, dass ich 10 habe. Komm. Komm jetzt in die Zone, bevor die Zone uns wegwebt. Ja. Ah, da ist ein Lootballon. Ja, komm, wir warten noch. Ich hab Jump-Head. Wir können da direkt hin. Komm. Okay. Ey, warte mal. Aus Haus. Können wir auf den Lootballon komplett draufladen und dann snipen? Nee. Unter uns sind welche? Ah, da sind welche. Wer sind welche? Wer ist einer? Ja. Komm Wachen, der ist nur alleine. Der ist alleine, wirklich. Oh mein Gott. Ja, die sind zu zweit. Der ist nicht alleine. Hab einen Headshot gegeben. Hab den anderen? Ich hab einen Lenkrad-King da vor. Ich hab... Ich hab Skarmon. Weil ich... Hast du Mini-Chilis? Ja. Ja. Okay. Ich hab vier Stück, die gerade gegeben. Wenn wir jetzt First Strike gewinnen, Alter. Ja. Die sind fast beim Sieg, Digga. Fast beim Sieg. Komm, lass ihn da hochgehen. Und... Wasser nach oben ist alles. Warte. Kamera. Hier hat noch... Hier hat noch der Typ was gedrobt. Aber schlechte Sachen. Guck mal, was ich habe. Da ist der Loot-Shop. Da ist der Loot-Shop. Wasser... Nee. Nicht. Da sind welche. Okay. Okay. Ich brauche. Danke für das Problem. Warte. Geh weg. Was soll's warten? Siehst du? Ich schütz dich. Ich schieße den Typen ein bisschen auf. Ja. Warte ab. Ich habe fast geschafft. Ich habe aber einen getroffen. Oh mein Gott. Hier. Zwei Mini-Shelies. Hast du Mini-Shelies? Ich schütz dich mal. Ich schütze dich mal. Ich habe ihn getroffen. Ich schütze dich mal. Ich habe ihn getroffen. Da. Was? Ich schütze dich unter dem Lösch. Oh. Ich habe fast getroffen. Ich habe einen ausgenommen. Ja nimm dich. Ich gehe mal ganz gut raus. Ich hab' ihn ausgenommen. ich hole mir den letzten jetzt. Hab einen. Hol ihn mir jetzt. Alles klar? Der hat eine Skar gehabt. Nimm mal die legendäre mit. Und du kannst die eh beschauen. Alter wie sie war gut. Alter hier lebt noch eine legendäre Skar. Einer Tag. Wir haben ja einen Haufen Gold. Wir zwei. Hast du Raketenbundi? Äh ja. Aber für 20. Ja komm mal. Komm jetzt. Geh mal wieder zu deiner Base wo wir vorher waren. Da liegt ein bisschen Minichilis. Entschuldigung. Ich geh mal ganz schnell. Ich geh mal ganz schnell. Ja Schildi Schildi Schildi. Ich hab Schildi. Ich bau mich dann direkt ein und äh schießen bis sie mit Lenkakegel fahrt. Ja ich hab ein bisschen Minichilis und Schildi. Damit du. Mach irgendwo einen Eingang rein. Ich mach. Was ne? Ich bau für mich selber auf den Base. Ich hab ihn. Ich krieg jetzt noch. Okay. Schießen wir. Ich versuch dich bisschen zu beschützen. Wir sind auch warm hier macht das drin. Alter wie knapp. Ich hab Minichilis nicht genug. Komm rein. Wenn du fertig bist. Ich hab Minichilis. Wenn du fertig bist. Es sieht voll geil aus wie du mit deinem. Deine Rakete schläfst. Nimm deine Minichilis. Nimm deine Minichilis. Nimm deine Minichilis. Warte. Geh rein. Und ich lach jetzt. Mal sehen wo die sind. Ich hab nicht gesehen. Ah. Du zeigst mir schon den Weg. Danke. Zeigst mir den Weg. Ja das ist der letzte. Das ist einer. Das ist der letzte. Das ist der letzte. Ich hol den. Ich hol den mir. Ich hol den mir. Okay. Komm lass ihn mir holen. Wo ist der? Ich hör ihn schon. Paketen. Ich hab mein Dokument. Der ist Rocket Launcher. Nein. Ist der letzte. Noch einmal. Schieße. Ja. Ja. Danke Digga. Ja. Du hattest 6 Kills gehabt. Du fuhren freies. 11 Kills. Mann. 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 Mann.